hey und herzlich willkommen auf meinem kanal hier ist wieder euer stürme und heute mit einem neuen orakel und zwar portugal gegen frankreich also ein top spiel in unserer gruppe ja also wenn frankreich gewinnt sind sie auf jeden fall erster in portugal gewinnen sollte hätte portugal vier punkte frankreich nur drei ich hoffe ich bin nicht lost und sage hier was falsch ist ich kann ja noch mal gucken wir gucken uns die tabelle an so frankreich auf dem ersten mit vier punkt ach so deutschland drei punkte portugal drei punkte okay habe ich mich vertan ja dann würde ich sagen wenn jetzt hier frankreich gewinnen haben die sieben punkte deutschland wenn die gewinnen hätten sie dann drei sechs punkte und werden dann zweiter ich hoffe ich erzähle hier nichts verkehrtes ja dann würde ich sagen wir gehen in die erste halbzeit und los geht's ich muss ja alles künstlich in die länge ziehen ja sonst sind die orakel zu kurz das hätte können hier böse ausgehen oder habe ich jetzt einen zerrissen vielleicht habe ich schon doppelt und ist nicht so wild natürlich habe ich einen zerrissen es ist ein belgier interessiert nicht den schmeiß ich auch direkt weg habe ich noch eins zerrissen nee gut so wir haben hier okay ein portugiese dias das ist das 1 zu 0 dann geht es weiter mit dem panini sticker hier dann haben wir hier england mit eric dyre und der letzte sticker ist hier russland mit miranschuk brauchen wir aber nicht und dann kommen wir zum zweiten sticker tüten hier in dieser in diesem orakel ich sehe schon cristiano ronaldo und ciao felix und das heißt es steht mit 2 zu 0 für portugal oh ja also das wäre nicht so nice dann haben wir hier england mit mason mount und die reis ich sage einfach nur reis so haben wir schottland mit mcgregor und mc tomany haben wir belgien mit eden hasard und haben wir frankreich mit sie soko und das ist das 2 zu 1 und das war es mit der ersten halbzeit das ist ja mal eine coole erste halbzeit gewesen hier 2 zu 1 führt hier portugal wartet mal ich mach es anders da ich mach es so ronaldo hat getroffen und dias und hier hat sie soko getroffen ja ich hoffe dass die zweite halbzeit genauso weiter geht das wäre echt klasse und da würde ich sagen wir gehen auch direkt in die zweite halbzeit rein und auf geht's so ich bin gespannt wir haben hier belgien mit bojata dann haben wir hier oh nein wir haben hier portugal patricio und cancelo und das heißt 3 zu 1 für portugal das ist ja mein spiel hier dann haben wir die niederlande mit deon das gibt es ja nicht jetzt haben wir wieder fragen reicher franzose mit kammer winga und das heißt 3 zu 2 und der letzte sticker ist hier kroatien sluga ja und dann noch ein sticker tütchen und wenn da noch ein portugieser oder ein franzose drin ist dann äh das ist das gibt es nicht wir haben hier frankreich mit war an und konnte das heißt es ist jetzt 33 also was ist denn das für ein orakel so da haben wir hier deutschland kimisch und groß aber italien belotti und hier sah dann haben wir hier russland mit karafev ungar mit sieg sieger oder ja irgendwie so und das war's das orakel geht hier 3 3 aus ich fassen es nicht kein sieger hier ermittelt oha oha hatten wir das schon mal dass das so viele tore gefallen sind mir fällt im moment nicht ein müsste ich alle orakels noch mal gucken also gestern die orakels waren ja ne vorgestern die ersten zwei oder war das oder war das gestern ne vorgestern kam ja nur zwei ja vorgestern ja 1 3 zu 3 hier also wenn das wirklich so ausgehen würde ich würde sogar noch ein unentschieden tendieren hier zu diesen zwei mannschaften frankreich war gegen deutschland auch nicht so berauschend also fand ich und gegen links war auch nicht so das ware naja würde ich sagen haut rein bis zum nächsten mal und auf wiedersehen